Liebe Gemeinde, willkommen zurück hier bei dem altbekannten Spiel und wo wir in der letzten Aufnahme aufgehört haben, machen wir in dieser direkt weiter in beiden dunklen Pyramiden, wo wir noch immer vor unserer verklackten Brücke stehen und in der letzten Aufnahme dezentige Sabotage-Missionen durchgeführt haben, um die Truppen von Vaak, Marie de Morphichet und Kerberos zu schwächen damit wir ohne größere Probleme darüber können das Problem ist, da sind viele so, hatten wir nicht noch mehrere Kundschaften, jetzt haben wir hier nur der hier muss auch gucken das Problem ist nämlich, was wir gerade versuchen, dauert Ewigkeiten oh, unsere Diebe sind alle tot, stimmt, ja da, da war ja was hier guckt man bitte hier rüber sieht hier so, wir, gerade als wir mehr Kundschafter-Management betreiben, wir brauchen mehr Kundschafter wir haben hier noch sogar eine Kanonenmanufaktur hingesetzt gehabt damit wir immer Kanonen in der Nähe haben und die nicht irgendwie von hier hinten rausziehen müssen was vorgeschlagen wurde, war, dass wir, das hatte ich mir auch schon selber gedacht dass wir hier diesen Mauerabschnitt einreißen und von innen aus alles überrennen das klingt nach einer plausiblen Strategie weil diese Seite von sich aus schwächer sein sollte hier über den Geheimgang zu gehen, ich weiß nicht wir haben ja mit den Dieben festgestellt, dass hier sehr stark bewacht ist per Kanonentürm und all so'n Scheiß äh, ja und wir könnten auch Drake für die Offensive benutzen damit er unsere Schützen richtig stark macht und dann räumt er hier alles mal weg apropos aus der Ferne werde ich zuschlagen er war zu interessant für diese Kanone die Kanone konnte es nicht ertragen das müssen wir gerade überlegen wie kommen wir, ich, das Problem ist wir könnten eine schwere Reiterarmee da einmal kurz rüber hetzen aber das, wir würden so Verluste erleiden und ich mag es nicht, Verluste zu erleiden vor allen Dingen, weil die sehr viele Sperrträger und Ablässenschützen haben von Kanonen mal ganz zu schweigen also erstmal mehr Kundschafter Gruppe 0 ist hier Gruppe 9 oh, wir sollten mal erstmal beten lassen so momentan sind wir in so'n in so'ner Zwickmühle wir kommen nicht gut über die Brücke rüber ohne Verluste zu erleiden aber die kommen auch gar nicht über die die kommen gar nicht über die Brücke drüber und dabei haben wir noch nicht mal unsere Schwertkämpfer und unsere Schützen wirklich eingesetzt bisher wir könnten da einfach rüber marschieren aber das würde Kosten auch wenn nicht werden nicht, dass wir nicht genügend hätten aber ich hab so ungern Verluste deswegen Wissen ist die halbe Miete also bringen wir erst einmal unsere Kundschafter in Position und sehen uns alles an, was wir gesehen müssen Andererseits wenn wir so'ner Reiterarmee da drüber drüber heizen würden würde die vielleicht ungefähr gelang genug aushalten damit wir mit dem Rest der Armee drüber kämen das wäre vielleicht eine Option das Problem ist hier würden die schnell massakriert werden du gehst mal dahin Gruppe 0 kann ja das Stadtzentrum mal reparieren ich habe damit nichts zu tun ich war gar nicht da ich war gestern nämlich bei Mr. Metten woher sitzt nun da da hat einer gestorben Holzgefäße so wir müssen wirklich ganz genau sehen was die vorhaben momentan haben wir hauptsächlich zu kämpfen mit Treppen mit Truppen von Kerberot die hier angerannt kommen wie soll es jetzt haben wir Marieta Moffichés Militärbasen gut genug zerstört damit sie kaum noch was rüber schickt es kommen wirklich kaum Truppen von Kerberot rüber und eigentlich Benjam Kenny getötet die Schweine von Wack kommt aber auch so gut wie gar nichts wir müssen jetzt mal Kenny zurückholen ins Leben vermutlich kommt von Wack nichts weil wir diese komische Schatzkammer vernichtet haben sodass er irgendwie kein dass die KI irgendwie keinen Grund mehr sieht hier hin anzugreifen die KI hat ihre Schwäche das heißt wir müssen gerade wirklich nur gegen eine einzige Armee kämpfen und was auch immer das hier soll gut wir müssen dann mit einer guten Armee rüber kommen die Leute hier zurückhalten damit der Großteil der Armee rüber rüber kommen und dann hier eine Reihe Kanonentürme hinsetzen wenn wir eins gelernt haben dann ist es dass der Winter nie kommen wird nicht so lange wir es verhindern können Winter kommt und genauso schnell wie er gekommen ist wird er auch direkt wieder gehen vor allem wenn die jetzt hier gerade versuchen da rüber zu gehen nix da nix da nix da versucht gar nicht jetzt dieses Wasser zu überqueren die Sonne kehrt zurück es wird Sonntag Zahltag die haben hier schon gut aufgeräumt das heißt wir können hier in der Theorie eine relativ sichere Stellung aufbauen so ihr seid erstmal wieder Gruppe 0 Gruppe 9 euch schicken wir mal wirklich nach hier unten hin und dann sicher ist sicher wir werden hier eine gute Stellung aufbauen damit hier niemand durchkommt vielleicht auch noch gut mit ein paar Militärbasen hier damit wir wirklich keine Probleme haben von euch können mal vier dahin gehen andere vier können da hingehen die übrigen vier bauen diesen Turm hier Gruppe 9 baut den letzten Turm hier unten eigentlich wäre jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt um darüber zu rennen wo ist Gruppe 0 die müssen sich hier bereit machen erst mal gucken 1 2 3 4 haben wir nicht also erst mal bringen wir unsere Schwertkämpfe hier in Position mitsamt der Kanonen ich meine jetzt sieht es gerade sehr ruhig hier aus und es sieht nicht aus als wenn viele Verstärkungen gerade kommen würden er mögen hier noch weiter gucken und wir müssen erst mal hier die Leute müssen beten lassen sie sehen ich glaube ja dass hier eine Verwechslung vorliegt eigentlich sollte ich gar nicht hier sein könnt ihr nicht mal einen anderen Belästigen mit eurem rumgeschubst und ihr könnt mal hier mir bitte so hacken nö könnt ihr nicht wie viele können es nicht ach so viele dann gibt es Schwefelacken na komm vier von euch können wir gehen ganz sicher mit den Türmen hier wenn wir tatsächlich so weit gehen dass wir hier die Mauer dann zerstören weil wir da hinten nicht mehr weiterkommen bei unserem Vormarsch ja werden wir zumindest dafür sorgen dass hier garantiert keiner uns angreifen kann ja ist gut ja wenn's denn sein muss gut sobald dieser Burg hier ist entfernt dann können wir hier Fuß setzen wo ist Gruppe 0 stehen die ähm ich habe damit nichts zu tun ich war gar nicht da ich war gestern nämlich bei den internetten ähm Gruppe 8 hat Schwierig und Gruppe 0 haben wir wohl Ausbau sind hier hingeschickt ups purer Reflex und so Schnauze Schnauze Mentor 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 Tu mir das nicht an Schnauze Ah danke Ausbau fertig Zimbuk hat sich der Burg hier noch nicht entfernt ansonsten würden wir schon der Zeit verschwenden die ziehen sich aus irgendwelchen Gründen zurück schwere Reiter können wir inzwischen beschaffen ja denn ihr wollt schwere Kavallerie gut dann gibt's schwere Kavallerie wenn die ausgebildet werden direkt erstmal Erforschung jetzt hätten wir eigentlich die Gelegenheit rüber zu gehen Weißt du was Quick Save unser bester Freund Na ran so Drake auf die Brücke die Scharfschützen auf die Brücke Drake kümmert sich schon mal um diese Kanone bevor die uns auf die Eier geht Gruppe 0 hier hinten hin so beseitige schon mal einen Haufen von denen die Eisenkanonen Feuer eröffnen oh und so Schwerstkämpfer schlagen sich die Bosnett hier direkt in Position gehen die Scharfschützen direkt auch hier in Position Gruppe 0 wir brauchen diese Satellenbrücke für uns also brauchen wir für Türme aber gern kein Problem wir sind erledigt gut das ging jetzt sehr schnell das ging noch sehr schnell es kann sich jede Sekunde ändern die Kanonen machen wir mal zu Gruppe 4 und die Belagungskanonen schicken wir mal nach das ist immer eine gute Hilfe gut das ging jetzt ohne größere Probleme wir können einfach weiter Schwere Reiter rekrutieren Gruppe 0 weiter bauen wir müssen ein Kundschaft danach ziehen damit wir ihn gut sehen können ja der ist der der am nächsten an der Brücke ist also hier rüber Ari du darfst auch hier rüber Salim eine Falle hier könnte nicht schaden Gruppe 0 mehr Türme hier brauchen wir noch mehr Türme Pseudo mitgeführter Kundschafter was geht denn hier so ab in der Welt gut gut unsere Schwertkämpfer haben jetzt wirklich sehr kurz einen Prozess mit den Feinden gemacht ich zeige euch den Weg das liegt vor allem ich glaube das liegt wirklich daran dass wir so viele von der Militärbasen im Voraus weg gesprengt haben ganz hinterhältig natürlich wie üblich wollen wir auch alles erkunden so gut wie möglich also schauen wir mal hier wäre relativ stark gesichert gewesen Gruppe 0 weiter so die Schützen transportieren wir glaube ich tatsächlich nach hier hin jetzt das kann ich irgendwann haben wir jetzt eine andere Position die relativ gut ist jetzt kann Gruppe 0 sich erstmal hier hinten zurückziehen und die alten Dinge hier herrichten oh Drake Kanone im Weg gut jetzt müssen wir diese Gießereien dahin wir müssen doch immer beseitigen wir es auch immer die jetzt uns entgegenschicken also schicken wir schon mal die Scharfschützen los und Drake wird vermutlich die Scharfschützen begleiten oh shit mein Fehler gebe ich zu Entschuldigung ihr Leute die gestorben sind weil ich jetzt verkackt habe mich in die Kanonentürme zu erinnern die da stehen Entschuldigung auch ihr das tut mir wirklich sehr leid das ist mein Fehler wenn ihr jetzt aber da rein rennt dann ist es garantiert nicht meine Schuld dann seid einfach nur dumm ja Pseudo mit geführter Kundschafter wo bist du wir müssen jetzt in diese Richtung gucken in diese Richtung gucken das war jetzt nicht meine Schuld hier das war einfach nur Dummheit dort oben im Baum das war auch nicht meine Schuld Alter die Wegfindung der Siedler 5 KI größerer Feind als die Feinde oh oh feindlicher Burg im Anmarsch zurückziehen und dann erfüllen wir uns gleich wieder auf wir bringen mal die Belagungskanonen ein bisschen weiter vor Seid unbesorgt wird gemacht dafür sind wir genau die Richtigen genau gebt dem Dorfzentrum ein bisschen was mit den Kundschafter nicht die Kundschafter selbst unmitgeführter Kundschafter zu sein ist ein scheiß Job Könnt ihr das mal bitte lassen? habt ihr keine Ahnung wie impertinent ihr seid? die Falle nicht aufgestellt wie ihr befehlt in Ordnung Gär Gär das kann ich seid unbesorgt ähm Helden Helden ARRRRRR wie innen so soll es sein ja natürlich also gegen so einen Haufen an Sachen könnt ihr nichts machen so schauen wir erstmal wer von euch ist angekratzt die angekratzten müssen wir natürlich erstmal zurückziehen denke ich wir brauchen halt mit den Scharfschützen die volle Feuerkraft euer Wunsch ist mir befehlt ich tue mein Bestes zum Glück haben wir unseren Schießplatz hier in Schoening gestellt wow ähm Drake sei mal nicht nutzlos der war absolut nutzt der Drake gerade Gruppe 0 repariert diesen Turm schnell ich genau lassen wir lassen wir es vor allem einfach da hinten liegen schickt mal Aris Freunde voran damit sie den wieder aufheben hier Holzgebächt der Tag der Abberechnung Steuern und Soll werden bezahlt jawohl wie soll ich mich konzentrieren mit ihr nicht knitzelt so Armee 1 soll ihr bereit machen die Schwertkämpfer machen sich super wo wir schon von Schwertkämpfer reden sagen wir mal noch mehr schwere Reiter weil schwere Reiter einfach super sind und ihr wollt ja unbedingt eine Glaskanonenarmee sehen gut Armee 1 können wir den Vorstoß machen ja jawohl eigentlich sollten wir den Drake mit sich nehmen ja weil er deren Feuerkraft unglaublich verstärken kann wird gemacht diesmal passen wir vorher auf da ist der Kanon da ist der Kanonenturm der muss weg und bitte rennt da nicht einfach hin wie die letzten Lemminge nicht wie die Lemminge das ist doch pure Lemminge die Leute die wir haben Lemminge Salim oh gut mein Fehler wenn du jetzt stirbst es tut mir dann schrecklich leid die schicken wir einfach da durch diese diese Stellung ist gut in der Lage hier stand zu halten würde ich sagen Schwertkämpfer übrigens mehr hier so sofort ehrlich wir erledigen das jawohl Schwertämpfer scharfschützen hier schnell alles wegpusten nein 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 da ist ein Kanonenturm wir haben den gerade so gesehen mach den weg so jetzt beschleunigen wir den ganzen Scheiß ihr werdet angegriffen zurück zu unseren Stellung wir dürfen auf gar keinen Fall zu weit in die Feindesgemiete vorrücken Gruppe 0 zurückziehen so schön beseitigen wir alle außer Drake denn wenn Drake dahin geht dann tötet er unsere Gruppe nein bis in den Tod macht sie nieder der Winter kann nicht mal lieblich wobei Winter ist eigentlich ziemlich gut für unsere Schütze das Problem ist wir können die offensiven Eigenschaften des Winters nicht nutzen wenn der Gegner uns die ganze Zeit in die Defensive drängt hier also warten wir auf den Sommer und der Sommer kommt jetzt was wir auf keinen Fall haben wollen ist Regen aber ich glaube das Problem haben wir gerade sowieso nicht Drake kann uns in unserem Auskundschaften wo hier die Türme stehen kann Drake eigentlich auch auf die Kanonentürme schießen Drake kann auch auf Kanonentürme schießen ohne dass er ihnen zu nahe kommen muss das ist krass konnte er früher nicht glaube ich Drake wird aber nicht von Technologien beeinflusst also ganz komisch hier Drake sei interessant schießen mal einigen auf den Kanonenturm bis er weggebrennt nur Mut wir werden siegen ich glaube wir brauchen wirklich eine zweite Invasionsarmee auf die einfach mit schweren Reiten die durchmassakriert aber die werden dabei höchstwahrscheinlich einfach sterben wir erledigen das das kann ich der Vorteil von Drake ist eben er kann wohl einen Schuss ab ohne direkt zu sterben und da haben wir schon den nächsten Kanonentürme ausgemacht wir öffnen schon mal das Feuer auf die ah da kommt eine Kanone kurzen Prozess mit der machen und der Kanon macht ja auch kurzen Prozess Freunde für Ruhm und Ehre oh von da gut dass du auf Drake geschossen hast genau Drake schieß auf die bösen Büchsenmacher auf sie genau Drake bring deine Kameraden bring deinen Kameraden den Tod einfach ganz kurz die Schussgeschwindigkeit und äh einfach die Feuerkraft erhöhen so das beseitigt dann unsere ganzen unliebsamen Turmfreunde hier jetzt könnt ihr zeigen was ihr gelernt habt wir haben